Musik Wir müssen da Zur Seite Bill Wir müssen da durch ihn retten Verdammt Alles gesichert Der hat Glück Warum wird er nicht angegriffen Alles voll Hier auch Bill, wenn die alle freikommen Wenn die Türen aufgehen Wir sind am Arsch Wir müssen unser Leben rumballern Ich weiß nicht Was? Ne Da ist es nicht sicher Da ist es nicht sicher Oh Gott Sie dachte ich meinte da Ich habe zu ihr gesagt Bill, ich habe zu ihr gesagt Ganz hinten wo wir waren Da ist alles sicher Und sie dachte aber Da vorne meine ich Da waren wir doch gar nicht Dann rennt die da vor Na ja, ist halt kein Lohnenfutter Ist doch gut für uns Bill, hör doch mal auf Nein So was sind wir nicht Ach du Scheiße Hier auch? Du Mistvieh Was heißt Mistvieh? Es ist ein Mensch eigentlich Was ist mit dir passiert? Was ist los mit dir? Gott Die Augen Bill Ich bin, ja Überfordert Überfordert Ich weiß nicht, was wir machen sollen Oh Gott Bill Hier Ist ein Spalt offen Vielleicht können wir da irgendwie uns durchzwingen Können wir uns da durchzwingen? Ne, können wir nicht Ach Ich könnte so jemanden beschützen Super Okay, jetzt muss Jetzt können wir uns schützen Ein Glück Jetzt können wir uns endlich schützen Oh Oh Okay Das ist jetzt eine ganz andere Marke Oh Oh Das ist ein anderes Kaliber Ich wollte die hier so gerne benutzen Ähm Okay Klar eine Änderung Ich denke Hä? Hä? Ah, kann man nicht mehr. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Damals, wo wir es zusammen gespielt haben, Teil 2, da konnte man auch immer aus Versehen nachladen. Da hat man Munition verschwendet. Okay, geht nicht mehr. So, das kommt raus. Guck mal, jetzt greifen wir mal nach dem Rucksack. Oh, Mann, dass ich jetzt erst herausfinde. Oh, hier Rucksack greifen. Voll geil. Okay. Das wird jetzt auch ein größerer Spaß werden. Ach, geil. Macht Bock so. Pistole haben wir hier schon wieder. Aber das ist ja... Was in dem Moment für... Mumus. Hm... Wir nehmen die ganze Munition, alles was wir können. Nochmal einfach aufputschpillen. Okay, was ist denn das hier? Oh, eine UC, sowas in der Art? Aber wir haben gar keine Muni dafür, oder wie? Oh, na gut, das ist natürlich... Wir haben gar keine Muni dafür. Das ist ja der größte Witz überhaupt. Und dann müssen wir das mitnehmen. Okay, dann nehmen wir... Aber wir haben so viel Pistolen, Muni. Das ist natürlich der Unterschied, ne? Was? Nee, nicht Checkpoint. Die Schrote, die hatten wir aber eben. Oh, wo habe ich denn das jetzt hier vorgegeben? The Purge. Nee, nee. Noch nicht. Oh, welches nehme ich denn jetzt? Ah, das ist hier so. Und das hier ist richtig so, Alter. Oh, da sind wir aber richtig ready. Dann nehmen wir nämlich die hier, Alter. Die ist aber herbe. Das, glaube ich, ist von allen die geilste. Boah. Okay, man konnte nämlich sonst wirklich aus Versehen immer nachladen. Und dann sind die ganzen Kugeln raus. Haben sie jetzt anscheinend geändert. Boah, nice. Brauchen wir nicht. Alles klar. Wir sind ready. Was soll zum Schlagen? Nehmen wir noch mit? Alter, und die anderen Leute, die können sich ja die Waffen hier nehmen. Und diese entdecken. Zur Notrettung. Ich hoffe, du bist bereit. Ich hoffe, du bist bereit. Alles gut, alles gut, Bill. Alles ist gut. Hinter mir. Ich hör's. Solange er aber nicht an der Wand kommt. Bill, nachladen. Ich muss nachladen. Okay, ich bin wieder bereit. Ich übernehme hin. Und dass die Flasche explodiert. Alles klar, alles klar, alles klar. Alles klar, alles klar. Schütz mich. Oh Gott. Ich hab ihn hingeworben. Weiter, weiter, weiter. Ich würd sagen, wir rücken vor. Hey. Komm raus da. Komm raus. Weg hier. Scheiße, der Film hat. Okay, weiter durchsuchen. Lass uns hier alles durchsuchen. Stück für Stück sauber machen. Hinter dir. Ich hab mich vorgeworfen, damit wir hin zu getroffen sind. Oh nein. Oh nein. Halt durchsuchen. Halt durchsuchen. Weg hier. Es explodiert. Alter. Bill, meine Muni, Alter. Ach du Scheiße. Letztiges Lied. Da sind auch noch ein paar Bill. Wir kriegen Besuch. Kapsis. Okay, Zeit fürs andere. Wenn ich dich schon sehe. Hey. Kommt, kommt, kommt. Putt, putt, putt. Okay, okay. Da kommt, Alter. Oh Gott. Nein, stimmt. Dieses Gas und alles. Scheiße. Das ist doch nicht gar nicht wahr. Oh Gott, da ist noch jemand. Raus hier. Raus hier, verdammt. Dieses Gas, ey. Verdammte Scheiße. Mein Muni. Ich glaube, ich nehme andere. Die Waffe klingt ja gar nicht so cool. Oh Gott. Säubern hier. So. Ich muss kurz fein lassen. Ich muss die Waffe wechseln. vorbei, oder was? Irgendwas ist. Wir müssen hier alles säubern. Bezeig dir. Bill. Sind doch genau die gleichen, oder? Ja. Ja, ist schon besser, die Waffe. Oh. Gleich essen. Alles klar. Ich nehme den Rucksack. Nehmen erst mal... Ach so, hier könnten wir eigentlich gleich... Scheiße, wie sollen wir das denn auffüllen? Können wir nicht. Wir müssen halt Munition auch sparen, ne? Dafür haben wir jetzt auch noch die Pistole. Davon haben wir auch mehr als genug. So, Bill. Jetzt gehen wir nochmal Stück für Stück die Räume durch. Alles klar? Ob wir irgendwas machen können. Guck mal, eine Schraubenzieher. Ist nicht mehr so schwer. Oh, die Ventile müssen wir zumachen. Ah, okay. Dann gehen wir also so oder so auch hier in den Raum durch. Boah, guck dir an, was hier alles passiert ist. Die ganzen Leute. Okay, jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblings... Zu meinem Lieblingswerkzeug. Die Taschenlampe. Ja. Hätte ich jetzt auch gerne gehabt. Das kommt rüber wie so ein Special Einheit-Commando, Alter. Mega, mega geil. Ah, ich hoffe, das hört nicht auf. Das Level. Okay, komm mal, hier geht's weiter. Wir kommen aber nicht durch. Oder doch? Nee, hier kommen wir nicht rein. Scheiße. Oh, Bill. Alter. Okay, drehen wir erst mal hier den Hahn zu. Ja, hör mal. Hör mal. Würde ich mal sagen. Okay. Alles klar. Nummer eins haben wir, Bill. Nummer eins haben wir. Geht nicht. Verdammt. Ich bin zu schwach, Bill. Wo ist nochmal eine andere? Nee, ist nicht. Wie viele Pistolen wir hier finden, ey. Boah. Da ist noch jemand. Bill, erschieß ihn. Nein. Das ist kein Zombie. Wir haben jemanden. Ja, alles gut. Ist es safe? Ich werde einen Weg machen. Danke. Scheiße. Oh, den konnten wir nicht retten, Bill. Den konnten wir nicht retten. Weiter. Bringt nix, Bill. Dürfen nicht dafür sterben. Nur weil wir wegen anderen trauern. Wir müssen noch andere retten. Na, Wortsange? Das macht jetzt richtig immer mehr Bock hier. Oh, jetzt kommen wir hier auch. Hier kommen wir durch. Was ist das? Der Hebel. IC-Series. Schalter umlegen. Und was noch? Wir müssen irgendwie die Zufuhr hier... Da ist noch jemand. Das muss alles echt sein hier. Echter. Echter. So. Okay, Bill. Bist du bereit? Oh, scheiße. Wir haben hier zwei Leute, Bill. Zwei Zivilisten. Raus, raus, raus. Schnell in Sicherheit. Gehen sie. Wir müssen hier raus. Ja. Kommen die auch sicher weg? Ich glaube schon, wir haben da ja gesäubert. Wir haben es ja gesäubert. Ja, es ist halt so in der Ferne, denn alles so... Die Kanten flimmern komplett. Es sind... Es sind so... Fixlich. Aber gut. Am wichtigsten ist ja die Vorstellung im Kopf auch und alles. Guck mal, hier haben wir noch mehr Hebel. Bill, kannst du dich aus? Ich... Ach, es sind so viele Hebel. Ich weiß nicht, welche wir abdrehen können, um alles abzuschalten. Hier. Hier ist noch jemand. Alter, wie viele Überlebende wir hier noch entdecken. Oh. Sie haben richtig viel Glück, ey. Dass wir sie entdeckt haben. Boah, wie haben sie das überlebt? Siehst du? Scheiße. Komm hier nicht rein. Wir müssen da reinkommen. Wir müssen den wegsäubern. Ja, die Kugeln bleiben hier stecken. Wir sind in der Matrix. Fuck. Ey, Matrix wäre auch mal geil. Als VR-Spiel? Alter, Matrix. Wie nice. Guck mal. Was? Da was gehört, Bill. Hier, hier. Kommen wir hier rein? Müssen wir. Warum kommen wir hier nicht rein? Wir müssen hier reinkommen, normalerweise. Fuck. Da ist noch ein Zombie, Alter. Der muss weg. Wir kommen da nicht hin. Wir kommen da nicht hin. Oder doch irgendwie durch hier. Warte mal, hier ist offen. Wir kommen da auch nicht durch. Mann, Bill. Kannst du hier irgendwas machen? Scheiße. Ich habe so lange schon meine Knarre jetzt in der Hand, ohne sie abgefeuert zu haben. Vor allem, das ist heute mein erster Tag gewesen. Als Security-Mann. Verdammt. Scheiße. Scheiße. Okay. Machen wir den ganzen Ende, Bill. Alles klar. Bill? Oh. Ich dachte schon. Okay. Jetzt kommen wir durch. Oder wie? Wir müssen auch da durch. Jetzt kommen wir durch. Der Pisser. Bist du bereit? Ich stürme vor, okay? Und mache ihn ja fertig. Wir wissen nicht, ob noch mehr da sind, Bill. Also halt die Waffe schön fest. Und sei bereit. Okay. Okay. Wie geht's? Was ist los? Bill. Ich denke, wir haben nach Ted. Oh, nein. Was ist das Erdäuel für die Schmerz? Oder du kannst dich in die Schmerz. Und ich kann mich in die Kontrolle. Oh, nein. Ted hatte seine Probleme, aber er benötig ist besser als das. Oh Gott. Tad wurde zerfetzt. Alles klar. Gut, alles klar. Tad, tut mir leid. Guck mal, sein Arm ist sogar zerfetzt worden. Gehen wir zum Büro. Alles klar, verstanden. Einfach noch Munition. Sie hätten es gewollt, dass wir es nehmen. Okay, mit der Taschenlampe ist wirklich geil, ey. Wo wir hingucken, da leuchtet die hin. Ach, guck mal einer an. Bestimmten Medikamente. Oh ja, ein bisschen haben wir. Okay. Let's go, Bill. Überleben wir, wir haben hier alle raus... rausgebracht. Oh Gott, das so mitzukriegen hier bei Biotech, ey. Was hier los ist. Scan the card reader. Okay, jetzt haben wir die Berechtigung. Alles klar, Bill. Kommst du mit jetzt? Oder wie war das? Ich glaub nicht, wa? Ähm. Okay, Bill. Ich geh allein. Wir sehen uns. Meld dich. Hat er auch gesagt. Er ruft mich wieder an den... Boah, nice, Alter. Das ist heftig. Also heftig in Form von, wenn man sich wirklich rein fühlt, ja. Das macht den richtig Bock. Klar, ich persönlich auch meine Meinung, die Zombies sind einfach leider nicht... Die sehen nicht echt genug aus und alles. Ich hab gesehen bei... The Walking Dead, äh... Dingster, Boomster und Sinners. Da sehen die schon richtig, äh... Klar ist so ein bisschen in Comic mäßig. Aber... Die sehen schon besser aus. Das sieht hier auch wie die laufen. Ah, gut. Wir machen unser Bestes draus. Das sind Zombies halt. Biotech Level 4. Wir haben noch bis Level 7. Hey, Bill? Ich bin zurück im Kontrollcenter, äh... Aber Dinge sind schlimmer als ich dachte. Ich sehe große Fos-Gene Gas contaminationen in den Klinikum, und die Luftgeisträger sind da. Und die Luftgeisträger sind da. Looks wie die Power ist weg. Just sag mir, was ich muss machen. Ich bin bereit für dieses Tag zu sein. Du musst eine Access Card zur Power Room, und eine andere zur IT-Aber. Emergency Power ist die einzige Sache, die Lichter auf und, unfortunately für dich, die Security Locken sind auch engagiert. Du musst nach dem Power Core und das IT-Office, um die Locken zu verabschieden, nachdem die Power ist wieder auf. Vielleicht versuche ich, das Verwaltungshof zu suchen. Ich schaue dir über die nächsten Schritte, nachdem du die Power Room zu erreichen. Hallo Sklabel. Ähm... Kannst du mal nochmal aufmachen? Dankeschön. Ach du Scheiße. Was ist hier schon wieder passiert? Hier ist auch noch. Guck mal, der ist ja komplett aufgerissen. Es wird Zeit. Nice. Dieses Ding ist einfach so nice alleine. Schon. Ja. Let's go. Jetzt sind wir auch allein. Scheiße.